Nehmen wir mal Top Gun, beste Beispiel, Mitte der 80er Jahre mit Tom Cruise. Das ist mittlerweile Avisen, also dieser Film wurde finanziert vom Pentagon. Das war ein Werbefilm für die amerikanische Rüstungsindustrie. Wir haben eine Verschwörung, die Geschichtsbücher sind gefälscht. Es ist nicht wahr, was man euch erzählt. Die Musikindustrie beeinflusst euch negativ, das hat er gesagt. Deswegen ist dieses Buch eine extrem große Gefahr. Aber es geht um die Inspiration, die die hatten. Und diese Energie spürst du ja auch in der Musik. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, bin ich echt? Ist das eine KI? Ich verspreche euch vorläufig nochmal, dass ich im Moment echt bin. Und ihr könnt es auch an unserem heutigen Gast natürlich ablesen. Und zwar normalerweise ist es überhaupt nicht seine Uhrzeit, ein Interview zu geben. Weil da macht er Sport oder ist im Wald unterwegs und sammelt seine Kräfte. Heute ist es alles ein kleines bisschen anders. Und ich begrüße ganz herzlich, ja, ich muss schon sagen, meinen Freund Heiko Schrank. Danke. Du bist auch mein Freund, Alex. Guten Morgen, kann ich dazu nur sagen. Ja, also kämpf dich durch. Wir kämpfen uns gemeinsam durch. Und ich freue mich auf ein Interview zu dem neuen Buch von Heiko Schrank. Das Geheimnis der Weltstars. Und ja, es war informativ zu lesen. Die Weltstars, teilweise kenne ich die auch und die Musik hat mich auch inspiriert. Aber die ganzen Hintergründe, allein das war schon relativ neu für mich. Also ganz vieles davon war neu für mich. Die Eröffnungswege kannst du dir vorstellen. Was hat dich getrieben, dieses Buch zu schreiben? Ich sage mal, die Dinge kommen zu dir, du nicht zu den Dingen. Im Endeffekt ist es ja so, dass in der heutigen Welt, machen die Menschen dich immer fest an Sachen. Die sagen als Beispiel, wie bei James Bond, James Bond, John Connery ist James Bond. Jetzt will er aber noch was anderes spielen. Und das ist das Problem jedes Künstlers. Ein Künstler geht seiner Inspiration nach. Ich sehe mich als Künstler an. Das heißt, ich habe ja alles schon gesagt, alles geschrieben. Ich habe also Jahrhundertlüge, politische Sachen geschrieben, spirituelles Buch, letztes Jahr Neo. Und jetzt kommst du, um die Frage zu beantworten. Ich habe mich wirklich schon seit Jugendzeiten an, ich nenne es nochmal so, die Story hinter der Story interessiert. Das heißt, ich habe mir nicht nur die Musik angehört, sondern es war für mich interessant, wie ist der Song entstanden? Was haben die da genau gemacht? Was lief im Studio ab? Und wenn es teilweise um ungeklärte Dinge geht, ich sage mal Jim Morrison und so weiter, ist er wirklich umgekommen? Oder Bob Marley? Oder wurde nachgeholfen? Also das hat mich immer schon interessiert, aber war nur ein Hobby. Und in dieser Konstellation gibt es zwei Personen, die ich da nennen möchte. Zum einen ist es eine gute Freundin Heike und auf der anderen Seite ist es mein Geschäftspartner und Freund Friedrich Krüger. Auch ein guter Mann, guter Autor von dem Buch, wo er uns vorworte, schrieben hat, das Ende der uns bekannten Welt. Wir saßen im Büro, wir arbeiten oft zusammen. Und manchmal habe ich so in meinen Videos, Spirit-Videos, Storys, einige fließen lassen. Zum Beispiel über Dark Side of the Moon, Pink Floyd und so weiter. Und da weiß ich noch genau, saßen wir so da. Und dann sagt Friedrich zu mir, Heiko, hast du mal drüber nachgedacht, über die ganzen Geschichten, die man so erzählt, so im Hintergrund, die ganzen Songs und Stars, ein Buch zu schreiben? Meine spontane Antwort war, mach ich doch nicht, ich schreibe politische Bücher oder spirituelle Bücher. Er nehm ich darüber. Das ist so, als ob du sagst, ich habe eine Briefmarkensammlung als Kind schon immer gehabt und ganz toll. Und der sagt, schreib mir ein Buch über Briefmarken. Ich sage, ich habe keine Briefmarken, ich mache dies und das. Da hat er mich so angeguckt und hat so ganz niedlich gesagt zu mir, aber ich würde es lesen, Heiko. So, und damals habe ich darüber nachgedacht, ob ich ein meditatives Buch schreibe, also vor allem über Meditation. Und bin zu Heiko gegangen und habe gesagt, was meinst du? Und er hat sofort aus dem Bauch heraus gesagt, unbedingt, super Story, mach das mit den Weltstars. Also da waren zwei Personen, die mich eigentlich dazu ermutigt haben, ich selber habe nicht daran geglaubt, aber ich dachte, okay, jetzt fängst du mal an. Und dann geht es los. Auch wie bei der Jahrhundertlüge, ich recherchiere extrem tief. Also man sagt, schon geistig gestört. Ich gehe so tief rein, hole die Lupe raus wie ein Detektiv. Ja gut, aber offensichtlich hat dich das ja vielleicht auch selber für dich unbewusst auch in Vergangenheit schon bewegt. Sonst hättest du dich ja mit diesen Sachen nicht beschäftigt. Und das haben die zwei Leute gesehen. Also erkenne dich selbst, Neo. Genau, es geht ja viel verrückter, es kommt viel verrückter noch. Ich verstehe wirklich die ganzen Schauspieler, wenn man immer darüber redet und sagt, die besten Schauspieler, die steigen so tief in ihre Rolle ein, dass sie die Rolle leben. Wirklich leben. Ist ja auch gefährlich. Ich sage nur, der Hauptdarsteller von Joker, der ist ja umgekommen während der Dreharbeiten, wo man sagt, der Typ ist völlig durchgedreht. Irgendwann ist er auch gefährlich. Was will ich damit sagen? Ich arbeite ja bis in die tiefe Nacht rein und bin bei Jimi Hendrix beispielsweise. Da kann ich mich erinnern. Und da bin ich und da ist Jimi Hendrix. Nee, nee. Ich bin Teil dieser ganzen Sache. Und es war schon spannend, als ich herausgefunden habe, dass Jimi Hendrix, aus meiner Sicht, so hohe Wahrscheinlichkeit umgebracht worden ist. Und nicht, weil sie immer unterstellt haben. Hohe Dosis, Drohungen und so weiter. Und jetzt, was ist passiert? Ich kann ja nachts nicht schlafen. Ich verarbeite so einen Traum. Und wache früh, auch will ich nie vergessen, war im Sommer, weil ich immer zu meinem See doch schwimmen fahre. Steige ins Auto ein, mache Radio an, kommt Hey Joe von Jimi Hendrix. Das muss man sich mal vorstellen. Und von diesen, ich sage mal, Synchronicitäten waren mehrere Ereignisse dabei während des Buches. Ja, ich schreibe ein Kapitel über jemand anders. Phil Spector, der größte Produzent der Welt. Überschrift heißt er im Kapitel, ist der größte Produzent der Welt ein Mörder. So, und der hat beispielsweise Be My Baby produziert. Ist dieser von den Runets, der Song, den kennen alle Mädels in der Regel von Dirty Dancing. Gleich in grün. Ich schreibe das Kapitel gerade über den Mann. Steige ins Auto, mach an, kommen Sie Runets. Und das war das meine. Das sind so, aus meiner Sicht, so wie göttliche Zeichen. Also hast du da eine Wohnung schon durchsucht nach irgendwelchen Wanzen und Kameras? Nee, darüber habe ich noch nie gesprochen. In keinem Interview. Ihr seid jetzt die Ersten, wo ich über so eine Sache mal rede. Das sind so, aus meiner Sicht, so wie göttliche Zeichen dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und so war das beim Buch. Und dieses Buch war von Anfang an, aus meiner Sicht, hatte eine göttliche Fügung. Und deswegen ist es auch so mega erfolgreich. Aus meiner Sicht derzeit, also ist ja gerade mal Anfang Februar, ist es dann acht Wochen am Markt. Und wir gehen jetzt in die vierte Auflage. Also es ist definitiv das erfolgreichste Buch der kurzen Zeit, weil ich je geschrieben habe. Also ihr dürft es bestellen natürlich. Das gibt es wahrscheinlich überall. Ansonsten guckt und macht steuert Wissen, würde ich denken. Wir-Typ-Shoppen. Ein Shop bei uns. Ja, und ich freue mich auch schon auf das nächste Interview, dann mit dem Friedrich Krüger. Ja, auch ganz interessantes Thema. Und wenn wir schon gleich beim Thema sind, ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren, die Glocke drücken. Ihr dürft uns auch gerne was in die Kasse schmeißen. Wir sind keine KI. Ich nehme ja tatsächlich echte Lebenszeit. Und der Heiko auch. Und so treffen wir hier zusammen, um dieses Thema für euch aufzudröseln. Genau. Schön. Ich habe mir natürlich gefragt, wie wird man eigentlich Weltstar? Dann scheinen wir doch, wer ein Weltstar ist. Jetzt haben wir die Phrasen der Begrifflichkeit. Was ist ein Weltstar? Ja gut, ich denke mal, dass es auch mit einer gewissen Reichweite, mit einer gewissen Verbreitung zu tun hat. Also du musst schon viele Leute erreichen. Und da gibt es ja auch gewisse Mechanismen, das dann zu tun. Und gerade wenn du sagst, sind die Leute gestorben? Sind die gestorben worden? Oder vielleicht willst du auch hier gleich mal den Club 27 ganz kurz erläutern, was damit los ist. Weil da kommen einem schon ein paar Gedanken hoch. Ich frage mich natürlich, wie wird man Weltstar? Welche Macht haben Weltstars? Weil die ja auch viele Menschen inspirieren können. Sowohl so als auch so. Und warum können die dem System dienlich sein oder gefährlich werden? Das sind so Fragen, die ich mir natürlich auch stelle. Auf jeden Fall. So, okay. Club 27? Genau. Club 27 ist so ein geflügeltes Wort, mittlerweile bekannt. Warum? Weil viele Stars gestorben sind, wie der Zufall es so will. Genau mit 27 werden immer die gleichen Namen genannt. Sag mal, die bekanntesten sind Brian Jones. Das ist, sag mal, der Gründer des Club 27. Also er war auch der Gründer von den Rolling Stones, der ja auf mysteriöse Art und Weise in seinem Haus im Pool tot aufgefunden worden ist. Das Haus hat er übrigens kurz vorher gekauft von dem Autor von den Winnie-Pooh-Büchern. Also ein riesen Anwesen, so einer Grafschaft in England. Interessant ist, er ist der Erste, der dort gestorben ist. Und bei meinen Recherchen auch so eine Sache kam ja raus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er auch nicht einfach gestorben ist, sondern in dem Fall, dass dort nachgeholfen worden ist, weil derjenige, der derjenige war, der aus meiner Sicht nachgeholfen hat, hat auf dem Sterbebild so eine Beiste abgelegt. Das sind die wenigsten. Denn fallen immer wieder Namen wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, der Frontmann von Nirvana, Amy Winehouse und so weiter. Aber man muss fairerweise sagen, da sind noch viel mehr Namen mittlerweile. Weit über 50 andere, die sind nur nicht so bekannt und die werden immer wieder in der Konstellation genannt, weil die, wie gesagt, wie der Zufall ist, so weit mit 27 gestorben sind. Jimi Hendrix hatte ich gerade kurz erwähnt schon, der auch bei meinen Recherchen kam raus, auch eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Und deswegen ist es viele Leute, spannend natürlich, oder Kurt Cobain, genau das gleiche, weil das einfach nicht sein kann. Der war voller Heroin, der Mann, dass er eine Schrotflinte genommen haben soll und hat abgedrückt und so weiter. Also das ist schon sehr spannend. Warum, wieso, weshalb? Das kann nicht sein, weil seine Arme zu kurz sind. So ungefähr. Wenn man sich mit Okkultismus bestimmter Symbolik auseinandersetzt, dann weiß man, dass das auch eine bestimmte Zahl ist. Und deswegen ist das schon ein spannendes Thema. Das ist ein Kapitel von vielen Kapiteln natürlich. Ja. Aber das ist eigentlich auch etwas, was zumindest bei mir mit, ich sage jetzt mal, meiner Prägung und wir haben ja über volles Fleck und Medien und Falschinformationen und alles Mögliche schon gehört. Da ist für mich eine gewisse Resonanz entstanden. Es ist natürlich so, dass ich mir natürlich sage, solche Weltstars, wenn die dann tatsächlich diesen Status erreichen und unwahrscheinlich viele Sympathisanten haben, das sind natürlich auch Multiplikatoren für Botschaften in beide Richtungen. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel diese Hymne, Imagine von George Lennon, also so das Friedenslied überhaupt. Gefällt der Waffenindustrie wahrscheinlich nicht so gut. Und umgekehrt lassen sich ja auch Stars, und wir haben sie ja in der Corona-Zeit gesehen, quasi als vertrauensbildender Ratgeber vor die Karre spannen, um für alle möglichen medizinischen Behandlungen zu werben, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Ja, das heißt, sie können sowohl nützlich als auch gefährlich sein, gewissen Interessen scotten. Kann auch, würde ich aber jetzt nicht überbewerten, weil das ist eine grundsätzliche Sache. Menschen, die eine große Reichweite haben, die werden gerne benutzt, ausgenutzt, von Karn gespannt, um genau die Interessen derjenigen zu vertreten, die letztendlich die Strippenzieher auf dieser Welt sind. Da kannst du ja ernst simpel, auch mal können wir von den, hier geht es ja Musikstars, auch rüber zur Filmindustrie gehen. Das eine geht einander über. Nehmen wir mal Top Gun, beste Beispiel, Mitte der 80er Jahre mit Tom Cruise. Das ist mittlerweile Avisen, also dieser Film wurde finanziert vom Pentagon. Also der Film, da waren hohe Generäle sogar mit dabei. Da wurde festgelegt sogar vom Drehbuch, die müssen dies und das machen. Das war ein Werbefilm für die amerikanische Rüstungsindustrie. Es gab noch niemals mehr Anmeldungen, um Rekrut bei der USA zu sein, als nach den Filmen. Die standen mit Ständen vor den Kinos, das sagt alles. Also wie du Menschen beeinflussen kannst. Und bei Jimi Hendrix, aus meiner Sicht, viele, die der Meinung sind, der beste Gitarrist der Welt, war ein Megatalent. Also unvorstellbar, was der Mann gemacht hat. Nicht nur, dass er mit 10 spielen konnte, hinterm Rücken und so weiter. Noch viel mehr und jetzt kommst du. Gehst du mal auf die Straße und fragst ihn nach Jimi Hendrix. Was bleibt in den Köpfen der Menschen? Dann sag ich dir gleich, wo du schalt, wie er dann auf der Bühne beim Konzert war und die Gitarre angezündet hat. Wie so ein Magier. Die zerschlagen hat und so weiter. Das ist Jimi Hendrix. Das ist aber nicht der Jimi Hendrix. Weil das hat das Management ihm gesagt und das wissen die wenigsten. Da sind wir bei dem Punkt, was du mir gerade erklärt hattest. Das heißt, man wollte eigentlich jemand, der ein tief spiritueller Mann war, der war in Marokko und anderen Ländern, der hat sich wirklich tief mit spirituellen Dingen auseinandersetzt. Das wissen auch wenige. Der hat ja in London im selben Haus gewohnt, wo Händel gewohnt hat. Also nur ein paar hundert, 150 Jahre davor. Er hat sich mit klassischer Musik auseinandersetzt. Der Mann war ein hochspiritueller Geist der Mann. Aber diese Energie, die sollte nicht nach draußen getragen werden. Da kommen die anderen Kräfte und sagen, nee, nee, du sollst die Jugend Gewalt in die dämonische Richtung schieben. Und das war bei Jimi Hendrix einfach mal der Fall. Er hatte aber die Schnauze voll und hat mehrfach die Sache angesprochen. Gibt es auch Interviews. Er fühlt sich wie eine Hure, so ungefähr, dass er das machen soll. Man will ja aber nicht mehr. Und da gab es auch Komplikationen logischerweise. Deswegen, ich will das nicht überbewerten, aber das kann durchaus sein, dass einige Gruppen kein Interesse daran haben, wenn du ausscherst. Einer der größten Namen in dieser gesamten Konstellation wird immer wieder gebracht. Deswegen hat Eva Herrmann, danke an der Stelle an Eva, sogar einen Podcast alleine nur über Michael Jackson gemacht von meinem Buch. Sie hat es vorgelesen, so ein Kapitel. Aber aus meiner Sicht, das ist der Höhepunkt schlechthin. Weil es gibt gar keinen, gar keinen, der so eine Macht hatte und sich so angelegt hat mit den Mächtigsten der Welt. Die Videos kennen wir alle. Wie er gesagt hat, wir haben eine Verschwörung. Die Geschichtsbücher sind gefälscht. Es ist nicht wahr, was man euch erzählt. Die Musikindustrie beeinflusst euch negativ. Das hat er gesagt. Und er mit seinem Geld und was er, seine Macht wird sich quasi dagegen auflehnen und dagegen was unternehmen. Das hat er nachweislich gesagt. Muss man sich mal vorstellen. Wir kennen ja diese pädophilen Geschichte mit Michael Jackson. Man kennt die Gerüchte, dass er insolvent sein soll und so weiter. Und selbst nach dem Tod hat er sofort Latoya Jackson gesagt, na Moment mal, mein Bruder ist auf jeden Fall umgebracht worden. Seine Tochter hat das gesagt. Seine Familie hat es gesagt, das wird als Verschwörungstheorie abgetan. Gehst du aber da wieder tief rein und stellst die Frage, was war eigentlich los? Wie viel Macht hatte er da? Da fällst du in Ohnmacht. Was bei meinen Recherchen rausgekommen ist, das wissen wirklich die allerwenigsten. Aus meiner Sicht ist Michael Jackson der einflussreichste Künstler aller Zeiten. Warum? Er hatte damals Anfang der 80 Jahre, zu dem Zeit, wo Thriller gedreht worden ist, Quincy Jones, mit Album, hat er damals produziert, hat er mit Paul McCartney zwei Songs, Say, Say, Say und so weiter, zwei Songs gesungen. Und nebenbei, so wie wir jetzt hier sitzen, sagt er doch ganz locker zu Paul McCartney, was ist denn eigentlich mit eurem Beatles rechnen? Und Paul McCartney sagt, wieso, was ist denn da, willst du die kaufen? Ja, wo die kaufen wollen. Äh, ja, dafür würdest du einen haben. Na ja, 60 Millionen, dann machen wir doch. Das heißt, Michael Jackson hat für lächerliche 60 Millionen die kompletten Rechte der Beatles Songs gekauft. Im Klartext, Michael Jackson hatte den größten Musikkatalog der Welt, der Welt. Nicht nur Beatles, auch andere Sachen, wissen die wenigsten. War zu 50 Prozent beteiligt an ATV, Unternehmen von Sony Music. Und die sind der größte Händler der Welt, wenn es um Musikrechte geht. Das bedeutet im Klartext, man sagt Michael Jackson nach, dass sein Katalog einen Gegenwert hat von circa zwei Milliarden. Uns hat man aber erklärt, der Mann ist insolvent. Jetzt stell dir vor, ein Mann mit dem Charisma, mit dem Geld im Hintergrund sagt, hallo, ich mache jetzt eine Welttournee. Kurz vorher hält er seine Reden und sagt, wir haben eine riesen Verschwörung, ihr werdet alle verarscht in allen Bereichen. Und ganz durchzu verstorbt er danach. Na, was soll ich dazu noch sagen? Mit 50. Ja, ja. Das ist ja immer die Frage, wer sagt das, warum sagt man das? Und danke, dass du auch hier dazu beiträgst, dass die Leute vielleicht das aus einer anderen Perspektive mal ein kleines bisschen betrachten. Also, genau das ist ja der Punkt. Gefahr des Systems, Helfer des Systems. Übrigens wird ja nicht nur Top Gun, sondern auch jetzt, habe ich jetzt vermehrt gesehen, Bundeswehrwerbung gemacht, GEZ-finanziert. Überall, siehst du die an den Straßenbahnen? Ja, ja. Und die gehen in Schulen rein und hin und her und sagen, wie toll es ist, auch einen Panzer zu fahren. Wobei der gegen keine Drohne eine Überlebenschance hat, auch in einem Leo 2 nicht. So, völliger Schwachsinn. Aber es soll ja mal wieder Stimmung gemacht werden. Genau. Ja, okay. Weil wir ja hier mit diesen Weltstars hauptsächlich über Musiker sprechen, ja, ich meine, das ist dir wahrscheinlich sicher auch bekannt. Es gibt ja Gehirnforschung und die sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine Emotion und eine Information gleichzeitig quasi auf dich einströmen, dann geht das unwahrscheinlich tief rein in dich und du kannst es dir besser merken. Wenn die Information ohne Emotion kommt oder die Emotion ohne Information, dann lernt man zum Beispiel auch beim Superlearning, dass das also und am besten noch in einer Entspannungsphase. Du entspannst dich, gehst aufs Sofa, hörst quasi ein Musikstück, das dich allein schon von der Stimmung, der Musik, der Resonanzen und so weiter irgendwo trifft, eine Emotion erzeugt und dann kommt noch ein Text dazu. Im Übrigen genau das Gegenteil, was zum Beispiel Olaf Scholz macht, der gibt ja so ein bisschen Information, aber null Emotion, null. Hat wahrscheinlich keine Emotion? Ich denke sogar, da ist eine Taktik dahinter, nämlich die können dann später behaupten, ich habe es euch ja gesagt, aber ihr habt nicht zugehört. Aber durch die fehlende Information kannst du dir das auch gar nicht merken. Ich frage mich dann, das war ja bei Merkel auch schon so, ich frage mich dann später, wenn ich sowas angehört habe, was hatten die jetzt zwei Stunden lang erzählt? Ich bin dabei eingepennt. Es ist unglaublich. Und jetzt drehen wir es aber nochmal um, weil wir sind ja jetzt hier bei den Weltstars. Da ist die Emotion, da ist die Information in Form von einem Lied. Und das geht tief in viele, weil es sind ja Weltstars, in viele Köpfe rein. Und müssten eigentlich, wie soll ich sagen, die Politiker, die es gut mit uns meinen, nicht gleichzeitig Hochstars werden? Ja, Politiker, ich habe es schon mal gesagt, das ist für mich Erfüllungsgehilfen der Rüstungsindustrie, der Zeichnungsberechtigte Schriftführer der Hochfinanz, also über die denke ich nicht eine Sekunde drüber nach. Leute wie Michael Jackson, das war wichtig, ich sage, Human Nature und Earth Song. Er hat so viele Sachen gemacht, wirklich, für die Erde, für die Menschen. Er hat alles dafür dran getan, dass die Menschen sich vereinen. Wir leben aber in einer Zeit, wo es nur um Teilung und Spaltung geht. Schlimmer denn je. Ich sage nur aktuell, die Debatte AfD, die Stars hoch runter. Nee, mit dem Nachbarn darfst du ja nicht sprechen, weil der könnte ja auch ein Anhänger von was auch immer sein. Rechtsbürger, rechter Esoteriker, also so eine Teilung. Und Michael Jackson stand genau für die andere Sache. Und deswegen sind ja noch andere Stars bei mir drin. Um ein paar Namen zu sagen, Eric Clapton, Pink Floyd, Roger Waters, Elvis, Prinz, David Bowie, Bob Marley. Also ich habe Leute, also Menschen mir rausgesucht, wo ich der Meinung bin, da ist richtig was hinter. Nehmen wir mal an, Roger Waters, ich war beim Konzert in Berlin, beste Konzert, weil ich hier erlebt habe. Was der Mann für eine Botschaft hatte, muss man sich mal vorstellen. Das ist eher ein gutes Beispiel jetzt zu dieser Spaltungsthematik. Roger Waters, Genie, Sondergleichen. Ich sage nur, Dark Side of the Moon war zeitweilig die meistverkaufteste Platte aller Zeiten, das sind die wenigsten, bevor Swiller Michael Jackson um die Ecke kamen, 82. Circa 15 Jahre lang, in den Top 200, war diese Platte. Hat weder Elvis, die Beatles, kein Mensch hat die jemals auf die Reihe gekriegt. Jetzt wird es spannend. Dann kam Another Break on the Wall, The Wall, die Platte. Die stand eindeutig gegen Faschismus, gegen totalitäre Regime. Das Video ist ja bekannt, wo dann die Kinder mit den Masken da so langlaufen, hey Teacher und so weiter und dann siehst du, wie die Hirne alle runterfallen und in so einem Fleischwolf zermalmt werden. Dann wurde damals der Film Anfang der 80er The Wall gedreht. Wurde gefeiert sogar richtig als antifaschistisch und so weiter. Sein Vater wurde von Nazis umgebracht im Krieg, war schon immer für ihn Traumata. Jetzt auf einmal sagt er was für die Palästinenser. Einfach nur so eingehietet, ja nicht, was da ist. Um Gottes Willen. Oh, der Mann ist ein Antisemit, der wurde sogar als reichweitenstärkster Antisemit der Welt, der bezeichnet. Und der ging es richtig los. Dann geht da, ist ja legendär, die UN-Rede im Februar letzten Jahres, hätte er ins Trockene Rede, vor der UN, wurde er live zugeschaltet. Die Russen haben ihn zugeschaltet und greift richtig beiden an, die Politik, und sagt jetzt nicht, die Russen sind die Guten. Nee, nee, er sagt, hey, ihr müsst euch vertragen. Was meinst du, was hier abgelaufen ist in Deutschland? Nee, ich war ja dabei. Ich komme in die Halle rein bei uns in Berlin, Mercedes-Benz Arena. Ich dachte, ich bin im Kinderbarten. Eine Hundertschaft von Polizei. Voll. Ich gehe zu denen hin und sage, was macht ihr denn hier? Ja, hier läuft eine Anzeige wegen Volksverhetzung hier in Berlin. Volksverhetzung, wegen Roger Waters. Also wenn er hier einen falschen Satz sagt, dann wird er so quasi die Bühnenschuhe gleich beseitigt. Also wie ein Schwerverbrecher wird er hier behandelt. Die Medien, da sind wir wieder bei George Orwell, 84, haben komplett alles verdreht. Krieg ist Frieden, du kennst ja, und so weiter. Die haben gesagt, mit so einer Bühnenschuhe, die er da macht, da ist ja viel Faschismus. Also die Symbolik, die seit Anfang der 80er alles als antifaschistisch angesehen war, wurde einmal komplett umgedreht. Und er wurde als Antisemit und als pro-faschistisch dargestellt anhand seiner Symbolik für The Flash. Das ist eine Figur, die er da spielt. Die selbe Figur mit derselben Uniform seit 1980 erspielt. Und daran erkennst du das Zeichen dieser Zeit. Diese Orwell'sche Zeit. Und er ist ja total clever. Er lässt ja diese Schweine da fliegen, ist ja legendär. Er lässt das Schaf da fliegen und sagt, meh, meh, zu den Leuten. Das ist ein Hammer. Die Show, er blendet das ja alles ein. Er hält denen ja komplett den Spiegel vor. Ja, wer die Symbolik erkennt und das zu deuten weiß. Und das zum Beispiel ist auch ein Teil, wie ist das alles entstanden, wie sind die Songs entstanden. Die Story, Eric Clapton, genau das gleiche, guter Mann, hat sich massiv gegen die Corona-Maßnahmen eingesetzt. Gilt als zweitbester Gitarrist nach Jimi Hendrix. Ist eine Ikone schlechthin, ist ja bekannt. Auf einmal ziehen sie alle über Eric Clapton her, geht ja gar nicht. Aber war es nicht mit der Nena genauso und mit jedem, der irgendwas gesagt hat. Eigentlich zeigt uns ja nur eins, dass selbst diese Weltstars natürlich viele Menschen erreichen. Und auch mit einer guten Botschaft mitunter, also nicht alle, aber doch mit einer guten Botschaft. Aber das System will nicht gestört werden in dem, was sie uns überhelfen wollen. Deswegen ist dieses Buch eine extrem große Gefahr. Du musst die erkennen. Deswegen eine Gefahr, weil das generationsübergreifend ist. Du musst dir vorstellen, meine anderen Bücher, Jahrhundertlüge, sagen sie alle, klar sind da Verschwörungsbücher. Also da erreichst du nicht die anderen. Das Buch haben sie ja alle verschenkt. Das kannst du deiner Mutter schenken, die vielleicht immer unpolitisch ist. Die aber Elvis, Beatles, Beach Boys als Beispiel drei Kapitel findet. Unsere Generation findet Whitney Houston, findet Prinz, findet Michael Jackson und so weiter drin. Also alle können sich dort widerspiegeln, jetzt kommst, kriegen Erinnerungen, werden dort Wache rufen. Wie lief das ab? Mein erster Kurs, erste Liebe bei bestimmten Songs. Weil ich immer wieder höre, die lesen die Kapitel, die nebenbei legen die Songs ein und gucken, wie war das nochmal und so weiter. Damit erreiche ich, da sind wir wieder, was du gerade sagtest, Verstand und Gefühl. Gehe ich emotional rein und trotzdem ist die Botschaft drin, weil ich dir gerade erklärt habe. Ganz genau. Mit Clapton und mit Roger Waters. Und das ist wichtig. Das heißt, deswegen ist das Buch eigentlich mehr noch in Gefahr als meine anderen. Die kannst du wegdrücken und kannst sagen, ja, wir bleiben in unserem Teich. Ist okay, wir feiern das. Du hast allein durch die riesen Fangemeinde dieser verschiedenen Weltstars quasi einen Zugang für fast jeden. Das würde ich damit sagen. Ja, ganz genau. Okay. Lass uns mal über das Entstehen solcher Kreativität oder sowas sprechen. Die dazu beitragen, dass ein Mensch überhaupt so eine riesen Fangemeinde und solche Werke schafft, die viele Menschen erreichen. Natürlich zieht sich in diesem Buch auch so eine gewisse Linie durch, wo du sagst, ziemlich oft sind da Drogen im Spiel. Nehmen die die Drogen, weil sie es nicht mehr aushalten oder wurden die erst Weltstars, weil die Drogen denen vielleicht zu einem gewissen Erkenntnisflow oder was weiß ich verholfen haben. Wie würdest du das deuten? Ich glaube beides. Im Endeffekt ist es so, deswegen steht das Unterbegriffe hier zwischen Genie und Wahnsinn. Und wenn du da reingehst, du hast es gut beschrieben, das ist eigentlich fast bei allen so. Die Schichte kannst du als Blauparse über alle legen. Das ist zum einen so, du brauchst das auch irgendwie, wenn du ein Genie bist, um damit klar zu kommen. Aus meiner Sicht und auf der anderen Seite nehmen sie die Drogen auch, um gewisse Bewusstseinserweiterungen zu haben. Speziell damals in den 60ern, LSD und andere Drogen, die hart konsumiert worden sind von den Stars, weil natürlich andere Sphären sich darüber eröffnen. So, demzufolge war das damals schon so und ist jetzt auch so. Und nur, hatte ich gerade mit Friedrich auf dem Weg hierher gesprochen, wenn du dich wirklich mit Insidern so unterhältst, klingt für die jungen Leute jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich muss immer so sagen, ich bin selbst 69 geboren. Aber die 60er Jahre, wir reden wirklich die Ende 60er Jahre, ist die absolut kreativste Zeit, die es wahrscheinlich je gab. Ob die jemals wiederkommt, bezweifelt, ganz stark. Warum? Du musst dir vorstellen, Krieg, Zweiter Weltkrieg. Alle wollten nichts mehr damit zu tun, haben 50er Jahre. Die Eltern, artig, treu, wir sind verheiratet, bis zum Lebensende bleiben wir zusammen. Dann entstand auf einmal eine Generation, die hat es einfach angekotzt. Die sagten, wir wollen das nicht. Wir wollen weder Krieg, wir wollen weder diese Steife, sondern Give Peace a Chance, freie Liebe, Drohung, also alles Hochzehen kam dann zueinander. Flower Power und dann in diese Zeit noch Vietnam. Das ist nicht unterschätzen, Vietnam, Woodstock und so weiter. Eine riesen kreative Phase war dort. Nicht so wie hier Spotify. Ich sag mal, abgeklärt, der Song darf nicht länger als zweieinhalb Minuten sein, das hört keiner rein. Überleg mal, die Songs damals, die waren teilweise zehn Minuten lang und länger von Ashos, von Pink Floyd. Die haben sich die Zeit noch, die haben eine Platte aufgelegt und haben das als eine gefeiert, wie eine Art Soance, also spirituelle, wie ein Kult war das. Die sind zu Konzerten gegangen, nicht nur Woodstock, andere große, die Led Zeppelin-Konzerten, das ist unbeschreiblich. Das sind Leute, die da waren, die haben gedacht, das war eine heidnische Huldigung von irgendwelchen heidnischen Göttern. Da haben sie Drohung genommen, alle, die da waren. Aber es geht um die Inspiration, die die hatten. Und diese Energie spürst du ja auch in der Musik. Absolut. Ich persönlich bin zum Beispiel ein ganz riesengroßer Deep Purple-Fan. Und da sind ja auch solche riesen Megastücke, die gibt es ja heute gar nicht mehr, wie zum Beispiel April. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das April-Wetter mit diesen ganzen, und das musikalisch ohne ein Wort Gesang. Ja, so. Aber Augen zu April hören, da erlebst du den gesamten Frühling. Oder Child in Time, legendär, ewig lang das Antikriegslied vor dem Herrn. Auch meiner Meinung nach, ja, bringt es heute mal ins Radio. Kannst du vergessen. Es geht ja um die Inspiration. Nehmen wir mal an Eric Klepp, ein bestes Beispiel, Lieblingsthema, Layla. So, er war verliebt in die Frau von George Harrison. Patty Boy, damals Topmodel, man sagt, einer der hübschesten Frauen in den 60er Jahren. Fakt ist eins, er schreibt einen Song, Layla, wo es um einen Mann geht, der totsterbensverliebt ist in eine Frau, die mit jemand anders zusammen ist, an die er irgendwie nicht rankommt. Und die waren aber irgendwie befreundet und hat gesagt, pass auf, ich spiele das mal vor. Ich habe einen Demen auf einer Kassette und spielt ihr dieses Lied vor. Und sie sitzt so da und sagt, oh Gott, wenn das jemals rauskommt, wird jeder wissen, wer damit gemeint ist. Ich. Hat einen roten Kopf bekommen. Er war auch wirklich in sie verliebt. Das heißt, in ihr, in ihm war so eine Inspiration, dass er das rübergebracht hat. Genauso wie, da waren sie ja schon zusammen, wo sie sich fertig gemacht hat. Es war die Holly Party, hat damals Paul McCartney mit Linda McCartney veranstaltet. Und da ging es dann darum, dass sie auf einmal da stand und sagt, Schatzi, wollen wir jetzt losgehen? Und er guckt sich so an und sagt, wonderful tonight. Also das heißt, es ist einfach mal entstanden aus dem Nichts. Heutzutage ist es umgedreht. Da gibt es die Inspiration nicht. Da hast du Management und so weiter. Dann pass auf, das Thema ist angesagt. Wir schreiben jetzt mal so und so den Song, um den jetzt komprimiert, in, was du gesagt hast, maximal zweieinhalb Minuten rauszudrücken. Darum ging es damals überhaupt nicht. Da ging es einfach nur darum, Panther Ray, alles fließt. Einfach nur fließen lassen. Diese Inspiration und diese Einflüsse sind natürlich wahrscheinlich die Quellen, um Neues zu erschaffen. Und jetzt sind wir eigentlich bei diesem Thema Inspiration und Einflüsse. Du hast es jetzt gerade schon auf eine Art beschrieben, die natürlich etwas moderner ist. Ja, das Management sagt, das ist jetzt angesagt und diese Themen und wir machen dir da mal einen Entwurf und was weiß ich. Wenn wir jetzt weiterdenken, gleich am Anfang habe ich über die KI gesprochen. War es das dann mit der Inspiration? Ist es dann bloß noch eine Mathematik? Das ist eine super Frage, muss ich sagen, spricht extrem für dich, diese Frage zu stellen, weil, das ist ein Kapitel auch in meinem Buch, ein Kapitel ist da drin über die KI. Ich sage mal so, die meisten, muss ich jetzt leider so sagen, sind noch nicht so weit, um nicht überhaupt zu verstehen, was da auf uns zukommt, was gerade abläuft, ist utopisch. Eine KI kann jeden Song entwickeln, so wie du willst, das ist klassisch im Sieg mittlerweile. Beste Beispiel sind die Avatare von ABBA, wo du beim Konzert bist. Da stehen irgendwelche Avatare, wie ABBA aussah in den 70er Jahren. Die Leute feiern das ohne Ende und jetzt wird es aber spannend. Und deswegen ist es schwierig. Aus meiner Sicht, wir leben in einer Zeit, wo alles nur noch verstandsorientiert ist. Du lebst in einer Zeit der Täuschung. Die alten Inder sagten Maya, wir leben ohnehin in einer Zeit der Täuschung. Aber das, was dich ausmacht, du wirst ja getäuscht, um dich davon abzubringen, um deinen eigenen Wesenskern, das Göttliche, der göttliche Funke. Heutzutage, laut Klaus Schwab und Konsorten gibt es ja gar keinen Gott, weil den wollen sie ersetzen durch ihre ganzen KIs. Ich will damit nur sagen, wir sitzen gerade live hier, okay? Es könnte sein, dass ich schwitze. Es könnte sein, dass ich gerade ein Erlebnis hatte im Auto, was gar nicht geplant war, das hier einzubringen. Individualität. Das kann jeder Musiker bestätigen. Er ist jeden Tag anders. Er ist spontan, auch wenn sie die gleichen Stücke spielen, okay? Mal besser, mal schlechter drauf. Und diese Punkte kannst du nicht abrufen über eine KI, sondern es ist nur eine gewisse Konstante. Und das ist, was ich meine, dass ich glaube aber, dass es nur einige wenige geben wird, die Tatsache, die Anbindung noch haben, die Anbindung, ich sage mal so, aber im Endeffekt muss ich sagen, die Anbindung nach innen, weil Jesus hat dir gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da du aber nur im Außen unterwegs bist, gedanklich, und du mit irgendwelchen Brillen abgelenkt wirst, das ist das Erste, wo du jetzt schon mit anfangen, und danach guckst du die Avatare an, du gehst zu die Purple und guckst dir die Purple an, wo die 20 Jahre alt waren und du wirst sie vielleicht feiert und sagst, ist das ein geiler Konzert, Schatz. Aber eigentlich wurdest du, dein Verstand wurde nur manipuliert und bedroht letztendlich. Deswegen glaube ich, dass es in diese Richtung geht, dass eine Masse das feiern wird und dass einige wenige aber erkennen, dass es viel mehr gibt, sich selbst zu erkennen, das Größere, was schon immer da war. Und in dieser Zeit, also rede ich immer, in der Zeit der größten Transformation, des größten Wandels, des Bewusstseinswandels, in der leben wir, ist die größte Challenge, die es jemals auf der Welt gab. Jeder muss entscheiden, lasse ich mich täuschen im Außen oder gehe ich den Weg nach innen. Wir leben in einer Zeit, wo Stimmen nachgemacht werden durch KI, wo ganze Doktorarbeiten durch KI erstellt werden, in dem es Deepfake-Videos gibt und da sprechen wir doch nicht mal über einen Greenscreen. Wir haben übrigens unseren Greenscreen ganz teuer umprogrammiert, damit er das tolle Schwarz rauskriegt. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie kann man eigentlich in Zukunft noch zwischen Fiktion und Realität, zwischen Täuschung und echten Begebenheiten unterscheiden? Optisch kannst du nicht unterscheiden, da ist kein Unterschied mehr. Okay, das heißt, wenn ich jetzt versuche, mich zu orientieren, dann bleibt mir ja nur noch meine eigene Inspiration oder mein eigenes Misstrauen, meine eigene Aufmerksamkeit oder mein eigenes Empfinden. Glaube ich, glaube ich nicht. Du kannst Elvis als Beispiel alle meine Entchen singen lassen, gar kein Problem. Du kannst ein Medley machen zwischen John Lennon, Elvis und Frank Sinatra, die nie miteinander gesungen haben. 1 zu 1 echt, aber nicht nur als Ton, sogar als Bild, also als Video. Du kannst alles faken. Deswegen ist es für mich langweilig mittlerweile, mich zu unterhalten, ob so und so viele Demonstrationen jetzt gegen Rechtsdemonstranten da waren oder ob Scholz, Diebs und das gesagt hat, wo ich mir sage, wer weiß, ob er überhaupt gesagt hat. Ist ja nachweislich mittlerweile. Du kannst alles faken. Ja, und dann gibt es ja diese interessanten Vergleiche von Bildmaterial von dem Joe Biden, wo jedes Mal das Urläppchen anders ist. Genau. Aber selbst da sind ja viele auch in unseren Reihen dabei und analysieren. Ich habe es doch jahrelang selber ja mal, ich kann es verstehen. Nicht umsonst hätte ich die Jahrhundertlüge im Zeichen der Wahrheit große Bücher erschrieben, die sich auch damit befasst haben. Das ist für mich mittlerweile völlig uninteressant, weil selbst dann geht er auch noch wieder ins Außen und versuche zu analysieren, die Fehler der Manipulation. Genau. Aber für die Orientierung, was nehme ich jetzt und was nehme ich nicht, muss ja irgendwo eine Entscheidungsinstanz sein. Und die kann gar nicht mehr im Außen sein, die muss ja im Innen sein. Genau. Ja. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass man sowas erkennt, dass die Täuschung quasi perfekt ist und überall. Ja. Und jeder von uns selber entscheidet, was er an sich ranlässt, was er für bare Münze nimmt und was er einfach zur Seite legt. Genau. So. Und dann ist immer noch die Frage, wer nützt das? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine Täuschung kommt und eine gewisse Angst auslöst und aufgrund der Angst wiederum eine gewisse Fluchtreaktion derjenigen, die Angst gemacht bekommen, na, wem nützt denn das, wenn du dir die Lösung kaufst oder verabreichen lässt? Genau. Ja. Okay. Täuschung, Täuschung, Täuschung. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das Geheimnis der Weltstars? Na, diese Wege, wie sie berühmt geworden sind, diese Wege, woraus sie ihre Intuition und ihre Kreativität genommen haben, sind ja sehr unterschiedlich und trotzdem sind sie alle Weltstars geworden. Ja. Erkennst du irgendwo etwas zusammenfassend, wo du sagst, okay, das, das haben sie irgendwie gemeinsam, das zieht sich hier durch. Zum Teil nur, aber eine Sache ist mir wichtig, die dabei zu erwähnen, weil ich habe ja viele Gespräche, die ich aufführe mit vorhin bekannten Lesern, Unbekannten, die mir Dinge anschreiben und da stelle ich immer wieder eins fest, dass die Masse überhaupt gar nicht weiß, wer Alastair Krauli ist. Alastair Krauli, da ist also irgendein Mann, den eigentlich keiner so gut kennt, da musst du schon, klar, gibt es auch Zuschauer bei dir, die sagen, er erzählt mir jetzt Heiko schreit, mag sein, aber die können sich ja mal, können ja mal 100 Menschen auf die Straße fragen und dann kennt die Alastair Krauli, also wenn einer dabei ist, haben sie Glück, also kennt keiner den Mann, aber da stellt sich doch die Frage, hm, den kennt keiner und bei dem erfolgreichsten Album aller Zeiten, Swart and Peppers, Lonnie Hart, Clubs Band von den Beatles, wo die Beatles in der Mitte sind, so ein buntes Cover und alle möglichen Persönlichkeiten sind dort eingeblendet, unter anderem Marlon Brando und so weiter und einer davon ist links oben, er leistet Krauli, der Glatzkopf, mir sagt man übrigens nach, wo ich noch ein bisschen dicker war, bevor ich abgenommen habe, mir sieht, dass ich massive Ähnlichkeit mit dem Mann habe, nur so am Rand, der hat mich oft schon zugeschickt bekommen, wenn jetzt deine Zuschauer eingeben, so ach du Scheiße, der sieht ja wirklich aus wie Krauli, ich bin aber kein Schwarzmagier an der Stelle, Fakt ist eins, das scheint also so wichtig zu sein, dass die Beatles den auf so ein Cover draufnehmen, die, der weiter, warte mal, ich muss dich jetzt mal anfassen, so, okay, also es scheint zumindest kein Hologram zu sein, es ist alles gut. Und wenn man sich jetzt mit den Lehren von Krauli befasst, naja, du kannst ja so oder so auslegen, Fakt ist eins, Krauli, sag mal nach, der hat in Thelma, ist ja seine, das war eine Abtei, da haben die nicht nur Sexualpraktiken ohne Ende praktiziert, sondern da gab es Menschenopfer, Tieropfer, die dort getätigt worden sind, soll ich im Internet nachlesen, also ist bekannt, und da fragt man sich, wie kann das eigentlich sein, dass Led Zeppelin beispielsweise, also Jimmy Page, Mastermind, Jimmy Page, der mal ganz trocken das Haus von Krauli gekauft hat, um ihn auf der Zunge zeigen lassen, also das heißt, das, wo der Mann alle seine ganzen Praktiken abgezogen hat, in der Nähe von Loch Ness, in Schottland, hat er gekauft, so, und wenn man sich dann weiter mit befasst, steht halt immer ein Buch drin, Stay Way to Heaven, wie der Song entstanden ist, und Robert Plent sagt selber, er kann sich nicht mehr erinnern, aber irgendwie hat er einen Stift gegriffen, und es war eine fremde Hand, die, die Zeilen dort geschrieben hat, vor dem Kamin, Jimmy Page saß neben ihm, das beschreibe ich detailliert, wie er halt abgelaufen ist, und du fängst an, diesen Song, der bekannteste, Ballade der Welt wahrscheinlich, Stay Way to Heaven rückwärts abzuspielen, und du hörst eindeutig, die Worte Satan und so weiter, wie Satan gehuldigt worden ist, so, das heißt, es gab nicht wenige, die damals der Meinung sind, dass Led Zeppelin ihre Seele an den Teufel verkauft hat, und deswegen muss ich immer grinsen, wenn jetzt Jimmy Page dann sagt, na Moment mal, mit Okkultismus haben wir nichts zu tun, muss ich mir vorstellen, also du kaufst das Haus von dem größten Schwarzmarkt, er selber hat alles beim Recherche rausgekriegt, hat einen Buchverlag damals gehabt, und so einen Buchladen, wo alle Konterfeis, alles was von Crowley existiert hat, alles, sein Horoskop hangt an der Wand, hat sich also intensiv damit befasst, und jetzt geht es weiter, weil du sagst, gibt es Querverbindungen, ja die gibt es, wenn er sich mit David Bowie unterhält, und gibt David Bowie den Tipp, und ganz durch Zufall, befasse ich mal damit, im Song Quicksand, kam Anfang der 70er Jahre raus, eindeutig der Name Crowley vorkommt, und Bowie ihn sogar huldigt, also wie sein Gott quasi, und Ozzy Osbourne, bekannte Heavy Metal Lied, Hey Mr. Crowley, ihm Song gewidmet hat, und Merlin Manson, und wie sie alle heißen, also ich will damit nur sagen, Mick Jagger sollte beispielsweise mal in so einem Film eine Rolle spielen, da sollte er den, hat er aber nicht gemacht, den Crowley spielen, also ich will damit sagen, da gibt es eine Person, der so toll sein muss anscheinend, dass viele, das waren jetzt bloß einige Beispiele, die den Mann so mit seinen ganzen Praktiken, mit seiner Magie, als wir ganz besonders angesehen haben, jetzt um die Frage zu beantworten, ob sich da wie ein roter Fahnen durchzieht, natürlich nicht bei allen, bei Michael Jackson oder mit Newson, habe ich das jetzt nicht rausgefunden, bei Prinz auch nicht, aber bei anderen großen ja. Okay. Ich finde auch spannend, das mit diesen Häusern, also das kam ja jetzt schon mehrfach, dass quasi in diese Häuser wieder jemand eingezogen ist und vielleicht am Rande, ob ich jetzt da wirklich dran glaube oder nicht, aber es kann ja zumindest mal nicht schaden, einfach sein Haus mal auf gewisse Energien untersuchen zu lassen und vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich auch noch mal wohnlich verändert und wir kennen es ja, du kommst in so einen Raum, da ist irgendeine Energie und denkst, oh, das fühlt sich jetzt aber hier irgendwie schwer an und weißt aber nicht, was das ist. oder du kommst irgendwo rein und fühlst dich gleich pudelwohl und weißt gar nicht, warum eigentlich. Na ja gut, da hatten wir dann einen guten Bekannten, der dann sich in der Kräuterkunde mit sowas auskannte und auch mit den entsprechenden schamanischen Gesängen unser Haus mal ausgeräuchert hat. Super. Und dann sind wir erst eingezogen. Siehst du hier auch so eine Verbindung, dass die möglicherweise die Energien des alten Besitzers abbekommen haben? Tausendprozentig. Das streibe ich alles in mein Buch ja rein. Jimmy Pex war ja wohl nicht da, der uns so einen Verwalter oder einen Freund hingeschickt, der in dem Haus sich aufhalten sollte. Der selber hat gesagt, nach einer gewissen Zeit, er kann es nicht mehr aushalten, er will raus, weil Stühle sind verschoben, hin und her von alleine, Teppiche haben sich aufgerollt und so weiter. Und wenn du da tief reinstehst, in Sizilien hat ihr auch eine Abtei gehabt, ja. Kraulik war ja damals, wurde ja selber eingeweiht in jemand, der mal in Tibet jahrelang war, der auch intensiv sich mit den Dingen auseinandersetzt hat. Habe ich bei dem Kapitel übrigens reinig geschrieben, über Kraulik, da kam ich in einen so okkulten Laden damals mit der 90er-Jahre in Berlin. Der Typ guckt mich an und sagt, hey, kennst du Kraulik? Ich sage, wer ist denn das? Na, du siehst aus wie der junge Kraulik. Ich sage, hä? Und dann hat er mir ein Buch gegeben und den habe ich damals mitgenommen und habe ich mit der Sache auseinandersetzt. Da war das so, da haben, irgendein amerikanischer Börsenmakler hat das Haus irgendwo mal gekauft. Die ganze Familie bei so einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist. Da haben wir gesagt, okay, ist ein Zufall. Aber der Zufall ist dreimal passiert danach. Also jeder, der das Haus übernehmen wollte, dem ist zwar zugestoßen in Sizilien. Jimmy Page hat ja das Haus gekauft, hat ein Loch Ness war in Schottland. Aber selbst dort hat er die Reißleine gezogen, der die ganze Zeit im Haus drin war. Will ich damit nur sagen. Also gibt er den Film Poltergeist, also Leute, die sehr verstandsorientiert sind, sagen, natürlich als Schwachsinn. Ist ja nicht schlimm. Jeder darf denken, was er will. Fakt ist eins, Leute wie Jimmy Page, die wissen genau, was abläuft. Dort haben die ihre Energie gezogen und geben das in die Musik rein. Und das Erstaunliche ist, leider muss man sagen, dass gerade diese Songs, die teilweise sehr schwarz, wenn ich das mal so sagen lasse, also sehr mit dieser dunklen Energie belastet sind, sind eigentlich die, die am erfolgreichsten teilweise sind, weil sie auch gefördert werden von allen Seiten. Ja, da ist die Frage. Es gibt ja auch andere Autoren, die wir vielleicht später mal noch im Interview haben werden, die sich hier mit dieser ganzen Bildsprache aus den Hollywoodfilmen oder aus der Musik beschäftigen. Es sind ja unerscheinlich viele satanistische Botschaften, die da mit transportiert werden. Und je mehr man sich mit dieser Symbolik und so weiter beschäftigt, desto mehr fällt einem auf. Kann sowas auf den Konsumenten, der das gar nicht wahrnimmt, trotzdem wirken? Nein, ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich möchte da nicht festmachen, weil das wäre nicht mein Anspruch, das Buch, weil das hört sich jetzt an, weiß ich, wie ein spannender Krimi. Es geht aber viel weiter. Meine Freundin Renate, eine Top-Journalistin, die ich sehr mag, hat mir so super formuliert, das ist eine Frau, die steht auf klassischer Musik, die steht nicht auf irgendwelche Rockmusik, interessiert sie nicht. Die hat wortwörtlich gesagt, das Buch ist so genial geschrieben, so einfach, das liest du so nebenbei, du musst nur aufpassen, dass du die Tiefe denn überhaupt erkennst, weil die Tiefe ist vorhanden. Das ist, was ich meine, nicht falsch verstehen, was wir gerade gemacht haben, ist Plätscher, Plätscher, Plätscher. Ich schreibe aber über die 432-Hertz-Musik zum Beispiel, um jetzt eine Frage zu beantworten, wo ist denn der Unterschied zwischen 440 und 432 Hertz? Warum ist denn die Musik jetzt auf 440 Hertz? Was macht das eigentlich mit meinem Körper? Was hat das mit Dr. Emoto zu tun, mit den ganzen Versuchen, wo er Wasser, Musik vorgespielt hat, eingefroren hat, wie sahen denn die Kristalle aus? Wir bestehen zu 80% aus Wasser. Was macht das jetzt aus? Wie? Welche Musik? Welche Schwingung zu mir bekomme? Das wird bei mir im Buch auch erklärt. Das ist eine ganz andere Nummer. Dann geht es ja noch weiter. Klassische Musik, wie ist denn die entstanden? Wie ist denn da die Schwingung? Warum ist es denn so, dass Babys, die sonst schreien, da spielst du Mozart vor, da ist so ein Mozart-Effekt, und die schreien nicht mehr, sind völlig entspannt. Wie kann das eigentlich sein, bei diversen Versuchen, wo sie Studenten, ich sage mal, Heavy-Metal-Musik vorgespielt haben, und den anderen klassische Musik? Und die mussten dieselben Sachen lernen. Warum sind die Lernergebnisse eigentlich viel besser bei klassischer Musik? Wo ist da der Unterschied? Und das wirkt sogar bei Tieren. Genau. Und dann geht es ja noch weiter, die Berufung. Was macht denn alle diese Leute aus? Setze ich mich jetzt hier hin und sage, ich habe damit nichts zu tun, ich bin nur mal Kind, Jimmy Hendrix. Und wie soll er heißen? Dass du aber in dir selber das Genie hast, es aber nicht in der Gesellschaft gefördert wird, gar kein Interesse daran hat, du sollst bloß der Sklave sein, der Ja-Sager sein, du sollst nur die Schablone sein. So. Und das ist mir wichtig, in dem Buch den Menschen zu erklären, du selber bist der Schöpfer. Du bist der Schöpfer deines Lebens, und du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Du bist der Genie. Mach was draus. Verstehst du? Ich bleibe nicht hängen bei diesen spannenden Themen. Ich weiß, dass viele Leute da toll finden. Und trotzdem ist es natürlich die Frage, wenn man das erstmal versteht, also mit 80 Prozent Wasser zum Beispiel. Und Musik ist nichts anderes wie Schwingung. Und das Wasser wiederum ist ja, wie soll ich sagen, auch ein gewisser Informationsträger. Und der ist auch wichtig, damit unsere Nerven sich verbinden und dass wir Gedanken denken können und speichern können und so weiter. Wenn ich das auf eine Art und Weise beeinflusse, die förderlich ist, die natürlich ist, die das quasi unterstützt, oder indem man dann halt von 432 jetzt auf 440 geht, ich sage es mal, die Wassermoleküle merken es, Imoto hat es gezeigt, und je grausamer die Musik wird, desto zersplitterter sind nachher diese Kristalle. Es sind überhaupt keine geometrischen Formen mehr drin, nichts Göttliches, nur noch alles zerfetzt. Und das nehmen wir freiwillig dann zu uns und bezahlen auch noch GZ-Gebühren dafür oder sowas. Der Positiv ist ja auch, wenn du eingibst 432 Hertz und die Schwingungsfrequenz gibt es ja viele Videos mittlerweile auf YouTube. Das heißt also, es gibt schon eine gewisse Tendenz, was ich sehr positiv finde, dass Menschen sich tatsache damit auseinandersetzen. Und diese Sache ist abseits von all diesen Tagesgeschehen, der hat dies gesagt, der hat das gesagt. Viel wichtiger ist, was konsumiere ich den ganzen Tag? Ich rede nicht nur von Fernsehen, sondern was esse ich, was trinke ich, was denke ich und was füge ich als Schwingung. Und da geht es ja um Schwingungsenergie, wie du sehr gut erklärt hast, Wasser ist tatsache ein Informationsträger. Was diese ganze Information trägt, was füge ich zu mir? Und demzufolge ist Achtsamkeit, das Wichtigste überhaupt, achtsam mit dem, was du tust. Weil ansonsten lebst du nicht selbst, du wirst ja gelebt durch andere, weil du den ganzen Tag nur für die Ziele dieser wenigen, dieser 0,3 Prozent oder 0,2 Prozent agierst, so wie die Masse. Genau. Und dann ist halt die Herausforderung zu erkennen, dass das, was ich an Entscheidungen treffe, möglicherweise durch die Art und Weise der Informationen von außen in mich transportiert wurde, dass es eigentlich gar nicht mein Wille ist, sondern ich mir das nur einbilde und dahin manipuliert wurde. An der Stelle möchte ich eins sagen, was mir wichtig ist, und zwar, wir haben das ja als E-Book, ist klar, aber als Hörbuch produzieren lassen. Das ist deswegen wichtig, weil zum ersten Mal höre ich mein eigenes Buch im Auto als Hörbuch, regelmäßig, aber nicht durch. Das ist so fantastisch, weil das einfach leicht ist. Ich gehe einfach in die Playlist rein und sage, heute habe ich mal Lust, was war denn eigentlich los bei Prince? Was war denn eigentlich jetzt los bei Kurt Cobain? Was war denn eigentlich los bei Jim Rowson? Wie war denn das? Ich will damit nur sagen, diese Schwingung, von der du sprachst, weil das ja positiv ist, die kannst du doch auch abrufen. Anstatt sich irgendwelche Nachrichten oder irgendwelchen Dreck im Auto anzuhören, hast du die Möglichkeit, so einfach heutzutage mit den modernen Medien als Hörbuch überall dir das anzuhören. Deswegen war uns das wichtig und wir merken auch, es wird sehr gut genutzt. So eine Art wie so eine Wohlfühl-Sound-Wolke, in der ich mich auch vor diesem ganzen Anderen, was laut und ablenkend ist, verziehen kann. Okay, sehr schön. Vielleicht eins noch, Musik ist ja stimmungsbildend und jetzt kann man das ja auch messen. Man kann ja auch messen, welche Aura du jetzt ausstrahlst. Auch da gibt der Körper verschiedene Frequenzen ab und eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe, ist in diesem Zusammenhang, wie ist denn das eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer gewissen Stimmung bin, was weiß ich, ich bin in Trauer oder ich bin verliebt, wie auch immer, dann kann ich natürlich unwahrscheinlich gut eine entsprechende Musik ankoppeln, die das auch transportiert. Kann es aber auch sein, ich meine, dass wir dann in einer ähnlichen Frequenz schon sind und aufgrund dessen gleich und gleich gesetzt sich gern, sagen, okay, in der Stimmung wäre ich halt besonders gut, diese Musik. Aber andererseits ist ja auch die Musik etwas, was uns in Resonanz bringen kann. Das kennen wir ja mit dieser Stimmgabel Bing und dann irgendwann schwingt das Glas dann mit. Ich meine, jedem, der bis dahin zugehört hat, dürfte das bewusst sein, dass wir uns alle gegenseitig beeinflussen, aber auch beeinflusst werden, auch durch Musik. Und wie kann man das herausfinden, zum Beispiel, ob eins auf 432 Hertz, gibt es da ganze Playlists oder ist das im eigenen Empfinden? In Playlists gibt es mittlerweile so, du kannst die Musik ja umwandeln sogar, gibt es ja Programme, ich bin jetzt nicht so ein IT-Typ, aber du hast Programme, du kannst also einen normalen Song, sagen wir mal auf 440 Hertz, dann kannst du auf 432 Hertz umwandeln. Fakt ist eins, die alten Stimmgabeln, wenn du runtergehst, also Kammerton A, ob du reingehst, so wie Vivaldi, Mozart, also bis zu Pythagoras geht es ja zurück, Klangstadt, die tibetanischen, die waren alle auf 432 Hertz, muss man dazu sagen, die haben erst eine Verschwörung, hängt ja dahinter, als sie irgendwann festgestellt haben, hey, wir müssen, da war jetzt so Zeiten des Zweiten Weltkriegs, bei einer Konferenz kam nicht ja raus, wo gesagt worden ist, hey, 39, wir müssen immer ein bisschen abändern, ich weiß, es wird abgetan natürlich als Spinnerei, ist mir aber völlig egal, was andere Leute denken, Fakt ist eins, es wurde umgestellt, weil man nachmessen kann, du bist eher aggressiver, du bist unentspannter, wenn du 440 Hertz holst, weil das andere passt dann natürlich nicht rein, Harmonie, Außerglichenheit, das wollte man ja nicht und will man heutzutage weniger als jemals zuvor. Okay, ich bin jetzt wirklich kein Musiker und auch kein richtig, vielleicht super Mathematiker, aber jeder von euch weiß, wenn er jemals einen Lautsprecher gehabt hat, dass das menschliche Gehör irgendwie zwischen 20 bis, wenn es gut ist, 18.000 Hertz oder sowas hören kann, die 432 ist dort, wo der Kammerton A beginnt und dann gibt es immer Oktave, Oktave, Oktave und so weiter, das heißt, in Wirklichkeit wird das Soundbild nur ein kleines bisschen verschoben, deswegen bleiben die Melodien und alles trotzdem noch gleich empfindbar, aber die Wirkung ist eine völlig andere. Genau. Okay. Interessant für mich ist, dass die Wellstars populärer sind als die Politik, als der einzelne Politiker, das, was weiß ich, ein Weltstar wie zum Beispiel Michael Jackson natürlich viel, viel, viel mehr Menschen auf der Welt kennen und auch über Jahre quasi verbunden bleiben, auch über den Tod hinaus möglicherweise durch seine Werke, wie zum Beispiel irgendwie so ein Gerhard Schröder, hat also überhaupt nicht die Wirkung und insofern vielleicht auch der Wunsch, ob er mir, ob er irgendwo ankommt, und das weiß ich nicht. Liebe Weltstars, wenn ihr diese Reichweite habt und wenn ihr was Positives transportieren wollt, habt einfach den Mut. Na, so, so viel. Und vielleicht an die Zuschauer dieses Ding, vielleicht habt ihr auch den Mut. Und vielleicht an den Heiko. Du hast gesagt, das war ja eigentlich nur mein Hobby. Genau. Ich bin gespannt auf die weiteren Hobbys, die du auch mal in Buchform verpackst. Derzeit kann ich mir noch gar nichts vorstellen, weil wir sind so dran. Wir haben es gerade jetzt englisch übersetzen lassen aktuell. Wir planen auf den amerikanischen Markt damit zu gehen, weil wir sind der Meinung, dieses Projekt ist so groß, weil es einfach mal weltweit die Menschen interessiert. Das sind alles Weltstars. Also ich rede nur wirklich die Größten überhaupt, die hier drin sind. Das andere, was wir gerade besprochen haben, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Die Sache mit 432 Hertz, die Sache mit Emoto, die Schwingung. Deswegen am Rande haben wir gesagt, wir hatten schon mal ein Event gemacht in Polen, wo die Menschen, wir haben meditiert mit den Menschen, wir sind raus zu den Bäumen, die haben diese Energie wahrgenommen. Wir haben auch so eine Musik, die vorgespielt, die haben in sich, sich selbst gespürt. Also das heißt, was sie ausmacht. Deswegen machen wir Anfang März im Übrigen, um das mal kurz erwähnt zu haben, wieder ein neues Event. Da spielen wir auch so eine Musik vor. Wir tanzen dort, wir singen dort. Das heißt, es war nett, so ein Buch zu haben, aber das reicht nicht aus, aus meiner Sicht. Du musst für dich auch was tun. Nicht einfach nur sagen, es war toll und deswegen ist es ein neues Projekt, sagen wir mal von uns, wo wir sagen, wir tun was, wir gehen richtig raus. Learning by doing. Wir sind eine Familie, wir sind eine Gemeinschaft. Und deswegen ist dieser ein Opener für alle anderen Themen auch. Selbst für die, wo wir sagen, wir sind in einer Freidenker-Szene, haben Gedanken wie ein Freidenker, kannst du die Menschen öffnen, die noch voll im Mainstream drin sind, für unsere Themen. Auf netter, liebevoller Art und Weise mit diesem Buch. Deswegen ist das Buch aus meiner Sicht extrem wichtig. Aus meiner Sicht das wichtigste, was ich je geschrieben habe. Obwohl viele immer sagen, Jahrhundertlüge, Jahrhundertlüge, Kultbuch. Ja, mag alles sein. Aus 2012, aber das ist für mich jetzt ein alter, kalter Kaffee. Okay. Was ihr da in Polen Anfang März veranstaltet. Guckt mal, dass wir einen Link in unsere Videobeschreibung reinkriegen, falls da noch kurzfristig der eine oder andere Platz zu haben wäre. Und ja, vielleicht haben wir euch Lust gemacht auf dieses Buch, auf diese Themen, auf so ein Seminar, wie auch immer, so ein Event. Ganz zum Schluss ist es natürlich so, Wissen ist das eine, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. So, es kommt drauf an, was macht man jetzt damit? Das einfach abzuheften und zu sagen, okay, das weiß ich jetzt auch, aber man ändert nichts. Dann ändert sich natürlich gar nichts. Und da ist natürlich der Schlüssel für uns alle, was wir zu uns nehmen, auch in dieser physischen Form oder in dieser geistigen Form und mit wem wir uns umgeben. Welche Frequenz deine Musik hat, und ob du bereit bist, was umzusetzen in deinem Leben? Ich glaube, da ist der Schlüssel. Dankeschön. Danke, mein lieber Alex, dass ich da sein durfte. Bei dir mal wieder. Vielen Dank, war sehr schön. Ja, mal sehen, vielleicht irgendwann, das färbt alles ab, habe ich auch so eine Frisur. Kann passieren. Euch alles Gute. Danke. Danke, alles Liebe. Danke, alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020